Als erstes verbinden wir die Blackbox mit dem OAS Instrument. Dazu benötigen wir ein MIDI-Kabel, 5-Pol und ein Audio-Kabel. Das MIDI-Kabel stecken wir in MIDI-Out 1 oder 2 des OAS Instrumentes und in den MIDI-In der Blackbox. Dann gehen wir in Einstellungen, sagen MIDI-Einstellungen und haben jetzt hier zwei Buttons, Manual-Out, extern 1 oder 2, das ist entsprechend dem MIDI-Output 1 oder 2. Das kann ich dann hier anwählen und kann hier unten für die einzelnen Manual-Teile den MIDI-Kanal einstellen. Wenn wir das gemacht haben, gibt es noch eine zweite Einstellung, die wir brauchen, nämlich das Mischpult und zwar für den Audio-Eingang. Das heißt, wir verbinden hier die Blackbox mit dem Audio-Kabel in den Audio 1 oder 2 Eingang des OAS Instrumentes. Das müssen wir dann hier am Mischpult des OAS Instrumentes einstellen, das heißt Lautstärke. Und natürlich haben wir auch hier die Editierfunktionen, Gain, hier haben wir noch einen Equalizer, hier können wir sagen, welche Ausgänge und natürlich hier die Effekte, die können wir auch noch dazu schalten. Das Ganze speichern wir natürlich ab in ein Mischpult-Preset, das können wir dann zum Beispiel auch BB nennen. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist das OAS Instrument perfekt mit der Blackbox verbunden.